Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn eine Thematik beschäftigt mich schon lange, seitdem es Level 40 gibt. Ihr wisst ja, jeder wollte Level 40 erreichen und manche sind schon länger Level 40, manche sind erst frisch Level 40. 40 ist nicht gleich 40, manche sind direkt mit 21 Millionen Level 40, andere sind mit 60 Millionen Level 40, andere sind mit 300 Millionen Level 40, keine Ahnung. Und deshalb stellt sich mir die Frage, wer ist der heftigste Spieler in meiner Liste? Seitdem es die Levelerweiterung gab, konnte man ja auf Level 40 die Erfahrungspunkte einsehen. Das ist ganz mies von Nianti gemacht, sonst Level 40, stand da Level 40 und dann war es das und keiner wusste die Punkte von den jeweiligen Spielern. Jetzt steht es natürlich dran, wenn ihr auf euren Freund geht, ihr seht, wie auch bei Level 34 zum Beispiel hier von AP Nico King, wie viele Erfahrungspunkte er auf dieser Stufe hat von den erforderlichen. Und wenn das eben drüber ist, steht das auch da. Und das zeigt es überall an, bis einer Level 50 ist, dann verschwindet das wahrscheinlich wieder. Ich habe jetzt mal meine Leute hier sortiert, das ist eigentlich nach Freundschaftslevel sortiert, deswegen sind die ganzen 4 Sterne, also besten Freunde oben. Wir wollen aber mal von unten anfangen, gerade bei den Leuten, die neu reingekommen sind und das Feld von hinten aufrollen und mal durchgehen. Jetzt gibt es zu beachten, es zählt ja nicht nur, wer an sich das höchste Level hat. Und wir müssen auch wirklich darauf achten, selbst wer Level 40 ist, aber extrem viele Erfahrungspunkte hat. Kann ja sein, derjenige lässt es langsam angehen und hat noch nicht seine Levelaufstiege gemacht, hat aber mächtig viele Punkte auf seinem Konto, ja. Womit er dann vielleicht, obwohl er jetzt Level 40 ist, weiterkommen würde als einer, der jetzt schon Level 44 ist und schon, naja, am Ende ist, nicht mehr Reserven hat. Das sind zwei Sachen. Wichtig sind also Spieler ab Level 40, die müssen wir uns angucken. Wir fangen jetzt hier unten aber an, Abi Nico King, Level 34. Da seht ihr auch immer, wer sich diese Pandimos-Forschung gekauft hat, der hat also diese Pandimos-Pose dabei, ihr könnt euch auch die Buddies mal angucken von den Leuten. Abi Nico King, Level 34, Choice Level 39, Daiki Level 39, sind wie gesagt alles Leute, die erst neu reingekommen sind. In der Gelbe Traum, auch gestern Abend in dem spontanen Stream, Level 38, Kaso Kid Larry, Level 36 mit Emolga. Oh. Ich glaube, wir haben den Sieger schon gefunden. Wale, zack, Wale 95, Level 47. Level 47 mit 77 Millionen noch übrig, ja. Level 77 plus, ach, Level 47 plus 77 Millionen. Merkt euch das mal, das ist auf jeden Fall wichtig. Letztens in der Lobby irgendwo, bei den Raids war auch einer Level 47 und alle sind durchgedreht. Alter, ich glaube der Schilling ist in der Lobby. So nach dem Motto, weil der einzigste Spieler auf der Welt mit Level 47 ist natürlich Schilling. Keiner ist so weit. Aber mir ist schon aufgefallen damals, ich hatte auch schon 2, 3 Freunde mit Level 47 drin. Und da habe ich nicht den Wale gemeint, der ist auch erst seit gestern Abend dabei. 47, 77 Millionen, merken wir uns. Weiser Boy, eigentlich müsste er Blauer Boy heißen, Level 28. Westgurve, 39. Simblicamora, 39. Nasenhaar, 1. 28. Je mehr Nasenhaare man hat, desto, ne, kann man Accounts machen. Poppik ist über Level 40, Level 41, hat noch Reserve übrig, aber ab Level 42 sieht es dann knapp aus. Reicht leider nicht. Finny Spinny, 35. Komplexer Fehler, 30. Kreiver, 31. Lass uns tauschen, 30. Leopard, 1 der Boss oder Leopardi der Boss, 32. Pascal, 39. Skufo, 42, hat 48 Millionen drüber. Reicht aber nicht für 47 und 77 Millionen. Super Boss Player, 39. Susi Weichen, 41. Achso, ja, 41. Hat noch ein paar Reserven. Wird aber wahrscheinlich nur fürs nächste Level reichen, dann wird es wieder knapp. Eins Xaft, 12, 38. Berat, 38. Bernard Tussi, 41 Millionen drüber. Reicht aber nicht. Chodglock, 28. Joker, 35. Boje Backbord, 42, aber muss jetzt schon hasseln, als er weiterkommt. Sarina Mazekin, 44. Hat noch Reserven, schafft es also ins 45. Muss dann auch wieder sammeln. Madu, 40, 23 drüber. Oberred Marvin, 33. Tiso Tiva, 39. Tiva Tiso, 41. Muss hasseln. Julian mit 2N, 33. Andi der Wanderer, 40. Ist jetzt schon auf einem steinigen Weg. Tim, 34. Cat Noir, 43. Muss sammeln. Prosecco Laune, 40. Ist bei 91 Millionen. Gut, da geht einiges weg. Da bleiben auf jeden Fall keine 77 übrig. Sieht aber gut aus. Scorbiob, 90. Also Level 36. Ähm, Trauriger Teufel, 34. Fisherman 3, 39. Glitchy, 33. Leon Maurice, 44. R2D2, 8H, 34. Schwein, 29. Skinny, 44. Hat ein bisschen was übrig. Dabby, 35. Ice Cream Forever, 27. Motte, 33. Q, 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 Qzi. 41. Pfirsich Boy, 36. Brainy, 42. Ramona Vree, 41. Stromkasten, 50. Urinalbecken, 37. Urinalbecken, 44. Passt. Reicht aber nicht. Jelfi, 40. 3 Millionen. Leon Pups, 41. Baffelzockt, 30. Rupelboss, 31. E-Wurst, 37. Mobsgeschwader, 44. Mobsgeschwader, 44. Strubelmütze, 40. Lightstorm, 31. Ice, 1-Out, 2-Side, 3, 36. Libera for Red, 44. Und 47 Millionen. Boopcorn, 35. Drachenfei, 43. Kinghammer, 37. Lennart, 38. Dr. Nerv, 40. 503 GmbH. Faschings X-Mess. 38, Dominik, 38. 180, Toe, 40. Da geht es dem Ende zu. Darth Bagan, 34. Hammermäßig, 36. Master of Mewtwo, 32. Roxygro, 89. Also, man könnte denken, der Sieger steht schon fest. Ich weiß aber noch ganz genau, dass noch mindestens zwei 47er dabei sind. Da wird es dann spannend. Da weiß ich die Punkte nämlich nicht aus dem Kopf. Roxygrogedau, Genaya, 40. Schmexify, 34. Albgeo, 31. Hurja, 6000, 33. Jojo, 38. Shiggy, 34. Das sieht auch gut aus. Onkel Olli. Theoretisch. Onkel Olli ist zwar Level 46. Aber, wenn wir das jetzt abziehen und bei dem nächsten Level mit verrechnen, müsste er mehr als 77 Millionen übrig haben. Ich weiß nicht genau, wie groß das nächste Level ist. Na gut, hätte ich vorhin ja sehen können. Aber obwohl Onkel Olli Level 46 ist, hat er trotzdem insgesamt mehr Erfahrungspunkte als Wale, der schon auf Level 47 ist, ja. Ich hänge auch im Level 46 rum und komme nicht weiter, weil ich eben die drei Push-Ups nicht machen kann auf Level 50. Weil ich keine Bonbons und keine Pokémon dazu habe. Ich bin gespannt, wenn ich weiterkomme, was die Aufgaben sind, von 47 auf 48 zu steigen. Ich glaube, ich habe nämlich noch keinen mit Level 48 gesehen. Was dann kommt. Das ist das Einzige, was mich gerade aufhält. Aber theoretisch ist Onkel Olli jetzt gerade auf Platz 1 und hat Wale überholt. Wir merken uns mal die 129 Millionen bei Level 46. Dann haben wir Schnitzel, Mann. Das ist nix. Snamelk 40, Teilzeitkrieger 44, Cyril Ure 39, Zubastik 35, Darkrai 33, Jan Luger 29, Kentendo 29, Patchhop Yellow 41, Pumas the Hunter 34, Super Robot, 37, Sympathisch 36, Aliyah 37, Doktario 40, Justus Master 33, Kalsari 40, Kekscore 43, Kapisamra 43, Scheffe 41, Kevin, KDV 42, Ruski Wova 35, Eisenfeier 40, Feier, Fänger Fabian 37, Skander Faye 40, Shiny Nerd 36, Baller Eule 41, Endon Süßauer, hat auch seinen ersten Raid Mania Punkt bekommen, 36, Mr. John 38, schon lange nicht mehr gesehen, Freundchen im Stream. Pimmelberger, auch ein 47er, muss jetzt aber hustlen und wir sehen jetzt auch 21 Millionen, also bei Level 46 waren es 18, jetzt sind es 21, nochmal 3 Millionen mehr, okay, können wir also abziehen von der Zahl, die ich schon wieder vergessen habe, sind also mehr als 77 Millionen, die übrig sind beim Olli, hieß er Olli, Ongel Olli, genau. Pimmelberger also auch heftig unterwegs. René Fee, Fee, 46, trotzdem stark, hat aber keine Reserven mehr. Der Flexmann 42, Sly Wappe, Vape, 35, der Pizzaluka, 35, Fitness-Opi, 43, Suchuk mit Ei, jetzt wollte ich sagen 45, nee 35, oder? 34, 34, genau. Crypto Mewtwo Best Buddy, Bedilb 40, von dem habe ich das, Durch seine Einladung habe ich das 100% Jurem, wenn er Boost bekommen, danke nochmal. Auch 40, dann SDK, 39, Knautschi, 36, Tick, Tick Fick hat 47, ist der vierte, der vierte 47er, hat aber keine Reserven mehr. Onkel Olli ist der Boss, gefolgt von Wale. Dann haben wir hier X-Miss J, okay, Level 40. I Bims, ein toller Boy, eins toller Boy, 36, Mr. Chashta Lavista, also Ash, Ash, Lavista, Level 40. Tick Dragonhunter, 47, mit 62 Millionen übrig. Das wäre theoretisch Platz 3, also immer noch Onkel Olli, Wale, Tick Dragonhunter, bis jetzt, wie ich das so rauslese. Tick Mysterion, 43, Ibiza Fan Enzo, 42, Gold Skink, 40, Hans Loh, Fan Steig, 42, Pizza Frau, 35, heftiges Handy, Platz Regen, 45, 46, gehen 15 weg, dann gehen 18 weg, dann hat er noch, was weiß ich, 70 übrig, 60 übrig, also Platz Regen könnte, ist unter den vier Besten, so, fertig. Wenn man nicht rechnen kann. Mann, ich wollte gar nicht aufs Geschenk. Jetzt haben wir hier, 44, ne, ne, das reicht nicht, Go Zero, ne? Roxy Lee, 39, Not Your Girlfriend, 40, Flex On Nothing, 36, Spex, 41, Jonas Pixler, 37, Spreeschnäpfe, 38, Ticks, Keks, 44, und wir sind Glücksfreunde, hat aber nicht mehr so viel übrig, ähm, Dr. Banani, 36, jetzt sind wir sogar schon bei den besten Freunden, jetzt bin ich mal gespannt, Ticks, Keks, Lord, müsste an, zwei, drei, vier, fünf, fünf, vier, ich glaube an, obwohl, vier, das glaube ich auf, in, an fünfter Stelle, ich glaube Platz fünf müsste er sein, der davor war Platz vier, und die anderen drei habe ich ja am Anfang gesagt, also, aber trotzdem bei den Ticks, die mischen auch weit oben mit, ich hoffe, das passt alles, Caso Berlin, 39, Tick, Klonkeks, 42, Gagamehl, 40, Sabender, 44, noch ein bisschen was übrig, Jager, 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 Simex, 39, King, 40, was, ich dachte, King ist hier, ist kein Kaiser, ist nur ein King, da enttäuscht er mich aber, Chili, Bockwurst, 38, Agi, Halmi, 39, Wodka, Hondas, 39, gab ja auch schon ewig nichts mehr jetzt von ihr gehört, Halmi Georg, 42, Moonlight, 46, oh mein Gott, zieh mal 18 ab, ich glaube, Moonlight ist, der Beste, und holt sich einfach mal Platz eins, denn der hat immer noch dann, 142 übrig, 142, da habt ihr anderen vergessen, aber Moonlight auf Platz, äh, auf Level 47, hätte noch 142 übrig, ah, jetzt bin ich zurückgegangen, wir drehen es mal kurz um, und gehen von oben, bis wir zur Moonlight kommen, so, Supersani, 44, Ivermild, 40, mit den kleinen Accounts level ich halt nie, deswegen, haben die alle nix, 40, 40, 40, Iverkitz, Iversoft, Ivermild, Mäusekind, 41, da versucht Pups immer noch was zu machen, Bufing, erreicht irgendwann mal die 40, Iverpikant, 40, Kunsturin, 39, ja, den hab ich umbenannt, Wisstermoonlord, 39, typisch Andy, 40, Ramses Raidmania, 38, Dani der Dicke, hat auch ein bisschen was, reicht aber nicht, für einen Thomas, Adi, 37, Ramses Raidparty, 36, Kryptosafir, 47, Glückwunsch, auch noch was übrig, aber Thomas stiehlt gerade einen die Show, Bierbenni, 42, Fetty Krüger, 34, Jason Form Keats, 34, Molly, 34, Extreme, 41, Michaels Eiers, 34, Benni, 42, Dulli Squad, okay, Thomas, komm, komm wieder, wenn du erwachsen bist, Dulli Squad, Level 47, und 370, Millionen, noch drüber, Alter, das, was geht mit ihm, den muss ich mal schreiben, nach dem Video, Level 47, und noch 370 Millionen übrig, ich glaube, das ist eindeutig, 42, beim Konstin, 40, beim Frank, meine Sache, Level 40, äh, Sabrina, Level 41, Faustball, Basti, Level 44, ist eigentlich auch ordentlich, aber, hier, Hannes, Hannes, Level 44, noch was übrig, Riese, noch mehr übrig, auch Level 44, okay, Rupert, Level 40, Dragonite, Level 42, Paula Emperor, Level 41, Supposed Man, Level 44, Dennis, Level 43, Karsten, 44, Juhlchen, Level 43, da sind auch nicht so viele Reserven, Landei, 44, muss auch sammeln, der, der da ist, 43, Karisima, 43, Burkhard, Level 40, Schatzi, Level 44, Tobias, Jan, 43, Kurli Dieter, Level 40, Koch, Level 46, hat aber leider nicht mehr so viel übrig, aber für Level 47 reicht es natürlich noch, Zehnerscharf ist 40, Halmigeorg, 42, und, Moonlight, mit 160, während, während, der heftigste Spieler einfach, Dulli Squad ist, guckt euch das an, Dulli Squad, Level 47, und 370 Millionen übrig, was ist das für ein Outfit überhaupt, hat ein Pokeball in der Hand, ach ist das schön, und so ein weibliches Outfit, und die hässliche Brille dabei, Level Up Rate Hour, genau, wie sieht es bei euch aus, wie viele, was, wer ist bei euch der Spieler mit dem höchsten Level, habt ihr auch einen Level 47er in eurer Liste, wie viele, Level 47er, habt ihr in eurer Liste, habt ihr sogar einen Level 48er, in eurer Liste, und welcher der Level 47er, hat die meisten Erfahrungspunkte, schreibt mal einen Kommentar, das würde mich brennend interessieren, ob jemand einen in der Liste hat, der jetzt mehr als Dulli Squad hat, Level 47, 370 Millionen drüber, gibt es einen auf Level 47, mit 400, mit 500 Millionen, wie auch immer, überrascht mich, überrascht mich aber auch nicht, mich überrascht, dass Thomas auf dem zweiten Platz ist, Digga, es geht ab mit ihm, der ist ja auch richtig heftig unterwegs, Grüße gehen auf jeden Fall raus an Thomas, Grüße gehen an Dulli Squad, an die Tick Gang, an alle anderen, die ich jetzt vergessen habe, auch an Walen natürlich, der neu reingekommen ist, und auch gleich so ein heftiges Brett mitgeliefert hat, das war es für heute, eine kleine trockene Sendung, aber meiner Meinung nach trotzdem richtig interessant, und 47, 370 übrig, ich dreh durch, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses.